Wie viel kostet eure Random Airdrop? Hallo und herzlich Willkommen zu einer Runde The Culling. Viel Spaß am Zugucken. 100! Hä? Ich hab nen Airdrop, der auf dem Fragezeichen entrückt. Also ich hab einen für 100. Ich hab einen für... Ich hab einen für... Ich glaub wir haben alle für 100. Nein, ich hab sie. Ihr habt aber nicht alle Tomahawk, ne? Nein. Vor allem steht hier Remaining Time 5 Minuten 39. Wenn ich an so'n Plattform gehe oder so. Alter! Habt ihr das? Ich bin jetzt bei so'n Ding und die haben das überarbeitet. Ja hab ich ja gesagt. Wenn du dahin gehst, steht auch irgendwie Minutenanzahl. Können wir doch am Anfang einen Airdrop holen? Ich weiß es nicht. WTF? Die Kosten glaub ich sind nur ganz ganz wenig. Mhm. Ja und herzlich Willkommen, ja. Hab ich ja schon gesagt. Zu einer 9. Runde für Culling mit... TCS Eric. Geil. Ja, das war mal wieder meine kleine Schwester. Jonas, ich kann nicht mehr auf TSC. Achso. Hätt er sagen können, dass es der Jonas ist. Äh, Jonas hat mich vorher schon angeschnauzt, warum ich zuviel rülmst. Echt? Ja. Ich dachte ich bin der einzige der hier rumrülmst. Dann, sorry. Ist noch dabei, äh, TCS Drachenlord. Jojo. Äh, TC... Also Tischling. Also beziehungsweise Tim. Wieso müsst ihr eigentlich immer unbedingt auch dann aufnehmen, weil ich auch aufnehme. Das ist voll komisch. Mir doch schnurz. Und, ja. Das hab ich schon gemerkt. Und, ja. Dann ist noch der bei Chris Gaming. Hm. Ich bin gerade auf Karsch wahrscheinlich. Nee. Ich bin gerade wahrscheinlich auf Karsch. Das wäre witzig gewesen. Und dann natürlich noch meine kleine Wenigkeit. Deine behinderte... Wir haben das tatsächlich überarbeitet. Ah, ja. Was du nicht sagst. Ich bin ja hier nur die Nebensache. Ich bin ja hier nur die Nebensache. Da ich ja eh nicht so gut bin. Wie, du bist nicht gut. Du hast jetzt mal vor den Abstauber gemacht bei dem einen Spiel da. Ja, eins von 1000. So, ja, eins von 1000. Ich hab einmal von 1000 Spielen gewonnen. Oh, ich bin hier. Ja, Batsch. Äh, echt so. Du gewinnst häufiger. Äh, nein. Ich gewinn selten. Extrem selten. Ja, und das gibt es extrem selten. Stimmt, Matthias gewinnst häufiger. Nein, der gewinn auch. Nein, ich hab häufiger mal gewonnen, aber... Bei der letzten Zeit ist er einfach schlecht geworden. Ja, ich trinke keinen Alkohol nebenbei. Ich trinke keinen Alkohol nebenbei. Und das wird wahrscheinlich... Das ist das mal mein Verhängnis. Das ist das mal mein Verhängnis. Lass mich in Ruhe auf! Hast du schon jemanden gefunden, Alter? Okay, ich lass denjenigen auf jeden Fall alleine, weil ich hab doch keinen Bock, dass jemand stirbt. Ja, ich auch nicht. Funky, ihr zwei... Ich wollte... Ich hätte eher ge... Dass das Erik gewesen ist, aber egal. Dann wäre der jetzt tot gewesen. Ja, Spaß. Ich hab noch gar keine vernünftige Waffe eigentlich. Ja... Ja... Äh... Es hat ja auch jeden Fall einen Bogen. Echt? Ja, ich crafte mir immer am Anfang einen Bogen. Eigentlich... Ich seh nicht, ich haste... Nee, ich bin semi-schlau. Weil... Craften ist halt irgendwie... Oh ja, das kostet mir Geld. Und dann findest du nachher noch einen Bogen und dann ist das irgendwie... unwildig. Ich hab teilweise auch zwei Bögen dabei eben. Und drei jetzt sogar. Ich hatte auch schon mal drei Bögen dabei, das stimmt sogar. Oh, leck. Was habt ihr für ein Scheiß? Glück. Ich hab grad wirklich zwei von diesen schönen Kisten hintereinander gefunden. Hab ich öfters. Da hast du echt Glück, ey. Also... Und wirklich random. Also nicht irgendwo an einem Gebäude, sondern draußen. Hey, Kids. Es ist fast für alle's favorite, island-wide weaponized, therefore toxin-religende... Ich hasse es. Soll ich jetzt in die Mitte gehen und das Gas aktivieren? Es kommt ja in zwei oder drei Minuten. Nö. Echt? Ich bin nicht sofort aktivierbar, dachte ich. Ach, wie kriegt man nochmal diese scheiß roten Türen? Ähm, Sprengen, aber ich glaub die roten Türen kriegt man nicht auch. Nein, die roten Türen gar nicht. Nur die roten Kisten. Ähm. Es gibt rote Türen? Ja, ich hab aber eine gefunden, zumindest. Ja. Es gibt zumindest eine von da, wo ich weiß, wo die ist. Ja. Ich hab noch nie eine gefunden. Ist das eine oder sind das mehrere Türen? Eine. Nur eine. Ah, okay, dann bist du ziemlich nah in der Mitte, kann das sein. Weiß ich nicht. Äh. Seh ich jetzt nicht so. Ah, okay, dann weiß ich nicht ganz genau, wo du dich. Aber äh, ist ja egal. Vorsicht! Ja, also vor Culling, wie ihr gesehen habt vor, da hat sich ein bisschen was geändert. Geändert. Ah ja, jetzt bin ich quasi richtig. Hier rund hin. Und zwar, wenn ich jetzt hier hingehe, glaube ich, müsste was auftauchen. Ja, hier. Das hier. Das hat sich verändert. Hm. Also so ein Overhards ist relativ schön. War da einer von euch? Wo? Dann hab ich mir das wohl nur eingebildet. Sag wo? Sag wo, Erik. Dann kann ich dir sagen, ob ich da bin oder nicht. Da, wo jetzt das Gas ist. Nein. Also da bin ich nicht. Ich hab es gehört, aber sehr weit entfernt. Also ich bin da auch nicht. Habt ihr was explodieren gehört? Ja, nein. Nein. Äh, nein. Okay. Ich möchte einen Bogen. Alter, wieso kann ich nicht F drücken? Weißt, hier steht Call mit Culling. Krass. Ja, du hast mit. Mit kann man erst an einer bestimmten Zeit machen. Ah. Das ist eine Zeit, bis das Kommen geht. Ich hab mich als erstes entstanden. Ich dachte, das kannst du bis dann machen. Oh, kann das sein, was sie gerade am Flughafen waren? Nein. Ich bekam jetzt so viele Tisten. Da hab ich eine rote. Die muss ja nicht jetzt öffnen, weil du weißt Gas. War gegründet. Dacht mich, wer da Gas hingesetzt hat. Angegriffen. Angegriffen. War von Trump. Kannst du auch vernünftige... Kannst du auch vernünftige... Kannst du auch vernünftige... Von Trump. Es gibt mehrere Trumps hier. Es gibt nur einen schwarzen Trump hier. Äh, nein. Ne, gibt es nicht. Ich bin einem Speer. Tim und ich sind auch schwarze Trumps. Ich bin ein weiblicher Trump. Ach so, okay. Also kann er mich doch mal nicht meinen. Hä? Wie klein bist du Hillary oder was? Nein, ich bin ein weiblicher Trump. Aha. Aber du kannst auch schwarz sein und ein Trump sein. Ich bin auch... Na, ich hab mich ein bisschen angepasst. Sind alle Trump oder was? Ja, ne? Ne, Christoph nicht. Ach so, Christoph nicht. Ist nix. Fuck. Ich hoffe ihr habt Spaß da draus. Soll ich dir was sagen? Das ist weit genug weg. Nein, Eric! Bleib weg! Oh nein! Eric, lass es! Das du es doch. Brauch nicht. Das macht mein Körper! Du! Ja, Alter. Weg mit dir. Wieso? Hä? Irgendwie haben sie das... Ich glaub, es ist lag bei mir oder so. Keine Ahnung. Das hält grad bei euch. Der ist irgendwie komisch. Alter. Mit dir. Also, ich hab auch... Nein! Wahrscheinlich liegt das darin, dass ich was getrunken habe. Alter, hast du gute Sachen. Ja, natürlich hatte ich gute Sachen. Hast du auch meinen Sprengstoff genommen? Nein. Okay. Dann hab ich den. Ich hab bisher bloß... Also, ich hab bisher... Ich hatte auch keine Waffe mehr. Das war das Problem. Du musst den Sprengstoff nehmen. Da ist ne rote Kiste am Flughafen. Als ob ich bis dahin jetzt noch komme. Doch, der Flughafen ist... Bist ja gleich da an die Ecke. Hinter dir, hinter dem Stein. Das ist ja eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich nicht. So, das ist das selbe. Alter, was labert dir die ganze Zeit gerade? Hä? Was laberst du, Alter? Ja, was laberst du? Mal gucken, was so... Ah, Tim. Boah, der sieht so scheiße, diese Weibliche Schwarm. Ja. Ich hab da nen Sprengstoff nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der ist. Aber Tia ist schon benutzt oder so. Nee. Nee. Geil, als ob der da noch nur Regen hat. Ich hätte ja nicht gesehen. Wer lebt denn noch? Ich. Okay. Okay. Kann man da aufhören? Come on. Oh, jees. Er ist nicht hier, Alter. Mann, wo seid ihr? Will ich gar nicht wissen. Eigentlich will ich... Ich will niemandem begegnen. Ich will eigentlich den Sprengstoff. Ähm, Christoph, ist die andere Leiche, gell? Ja, ich dachte, jetzt ist es vielleicht schon aufgenommen. Es werden dann nur versehentlich. Weil das liegt ja nirgends. Hoffentlich reicht die Zeit noch. Christoph, hast du das schon gelegt? Nee, ich wolltest legen, aber du hast mich davor getötet. Ach, ich hab trotzdem was anderes gefunden. Ein Messer. Ein Mörder. Ah, nein, der hat nen Cooldown. Der hat nen Cooldown. Der Ding. Bis man den rufen kann. Jaha. Hab ich doch eben jetzt gesagt. Das ist ja das Neue. Ich dachte halt, man kann den erst ab, äh, bis dann, man kann den nur bis dann rufen, aber man kann den erst ab dann rufen. Das ist halt irgendwie... Alter, ich das scheiße. Ja, okay, das macht das Spiel ein bisschen fairer, in Anführungszeichen. Ja, aber wer bessere oder so hat der... Kann die erst später holen, oder wie? Dafür gibt's aber, glaub ich, jetzt mehr von diesen Stellen, wo du die holen kannst. Nee, schon bedingt. Nee? Okay. Hier im Raum gibt's ne rote Kiste. Wo ist ne rote Kiste? Da oben. Alter, du sollst dir nicht helfen. Äh, ich hab eh keinen Sprengstoff. Da kommt eh das Gas. Das kommt ja nicht mehr hin. Und jetzt hat er sowieso noch dieses Dingens aktiviert, also... Komm, lass mich leben! Lass mich leben! Ich hab mir eigentlich die Frage, dass du das Gas geöffnet hast, wenn da eh Gas kommt. Komm, hör auf, hör auf, hör auf, mich zu verfolgen. Okay. Weil ich mir gedacht hab, ich gönn dir Gas. Das Gas. Ah, Trump will die Mexikaner vergasen. Tischchen geht mal wieder auf. Oh. Ah! Also, ich geb dem Eric die größte Chance. Ja, aber guck mal! Wo ich Tisch bin. Echt jetzt, Eric? Ja. Das muss ich doch wegschmeißen. Eigentlich schon. Das ist kacke, ja? Ja, aber es sind keine 100 mehr. Hä? Nein! Das ist doch nicht Bescheid. Weil sonst... Normalerweise müsste mein Airdrop genau unter mir sein. Genau da... Würde ich das machen. Ja, das landet doch gerade, Andreas. Nein, aber normalerweise... Ey, Tischling, hör auf! Vielleicht greift Tischling nicht dich an, sondern der hinter dir. Habe ich gesagt... Habe ich gesagt, dass du mich angreifen darfst, Eric? Ja, hast du. Du hast eigentlich genau gehört. Jetzt kommt Tischling noch. Tim, beeil dich! Er hat nicht mehr viel Leben! Was? Bring mir so'n Fassung! Fuck! Nein, ich glaub mit... Wenn Andreas uns dann oben im Helmet umgehen kann, dann... Alter, was? Ich hab' keine Munni mehr. Wir müssen Andreas besiegen. Er hat keine Munni mehr, hat er gesagt. Scheiße! Ich kann nur noch mal fixen. Mit der Mafi kannst du die einfach K.O. schlagen. Oder auch nicht. Alter! Hä? Du warst hinter mir? Immer von fixen Leben. Was für'n Arschloch bist du! Immer von hinten! Immer von hinten! Tim war hinter dir, echt? Ja, echt! Immer von hinten! Nein! Sieht ganz schön schlecht aus, Führer! TCRS! Ah! Na ja, was von dieser minimalistischen Folge! Oh, wie der Tim einfach vorm Blut tropft! Ich bin einfach ordentlich verwundet, aber... Hat gewonnen! Trump hat die Wahl gewonnen! Trump hat gewonnen! Gab's das eigentlich schon vor der Wahl? Ja, ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie Trump für Wörter wären, ne? Wollte ich mal klarstellen! Das heißt, wir sind Trump-Hater, weil wir gehen alle auf Trump! Ja! Zwar gewinnt am Ende ein Trump, aber vier Trumps sterben! Macht jemand auf? Ja!